hey ho ihr lieben hier ist wieder euer otter samurai junior und und der otter samurai senior ihr frechen wechsel ja heute mit einem bilden duell zwischen zwei unbekannten decks nobody knows genießt diese wunderschöne playmates ich sag mal so dann gewürfelt das war eigentlich das ist ja okay es ist eigentlich ein trick ich wollte ich eigentlich auch nur für fürsten auch fürsten wie ein first na judy dann machen wir mal gar nicht so lange quatschi quatsch das und machen norme de aborias machen wir linko de 1 so der magus magigus der magus denn würde ich gerne weil ich eine linke beschwörung gemacht habe einen parallele exodus machen und seinen effekt auch aktivieren ja und dennoch eine parallele exzide spielen quadrat exzid quadrat exzid wichtig wichtig und richtig in der graue exzid ich habe noch ganz außen gerne möchte ich ja okay dann möchte ich eine linko de 2 machen aber ich hätte ja noch magius effekt aktivieren das tut jetzt ganz schön weh aber eigentlich habe ich ja gerade beschworen aber hast du eigentlich kommt das ja danach der effekt ist es ist eine mini fehler den ich gelten lassen gut danke auch nur weil die ninjas hier gnädig wird gut 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 machen einen schon glückerlich glümpflich nehmen wir mal maximus gluteus maximus gluteus gluteus wird es wieder ein aber max barbusch der entbohrt werden dann legt nur die 2 in unserem feuerlöwen kurz mal von an der anderen fisch aus außen ja liebe leute da machen wir noch mal den effekt von draco drachen drack und den effekt nochmal dass man uns der abo auf der hande holen drachen drack 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 und den effekt von regulex natürlich auch noch bezaubernde karte möchte ich auch noch haben dieses jenes wird passieren recht dass wenn es nicht passiert wäre halt ne war eigentlich auch schon wieder fertig weil es war ja eigentlich nur chain naja sind ja heute mal nichts und dinge die hier passieren und dinge so da haben wir ja aber zwei vierer ne cool und wohin kann man zwei vierer machen warum schnecke in der defensive verteidigung modus so dann da ich aber ja nur genormelt habe möchte ich sie auch einmal special aber natürlich in der linken der zone der linkeste von ihnen machen wir noch mal eine linken der linken und dann kommt bestimmt gleich auch wenn die büro noch okay dann schauen wir mal was da machen dann würde ich gern maximus in eine zähne färbeschwörung von ekimix rex xx 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 xxx xx du nur deutsch geredet danke für diese schmackhoffahrzeichen das sind bekannte muster die auftreten ja ja auch glück dass es so geklappt hat dann würde ich den zug auch übergeben ich werde etwas tun was ich ziehen nennt ich habe eine idee ja diese idee beschränkt sich darauf dass ich die einen kaiju überlasse dies ist eine freche sache denn dies ist ja auch kein effekt nur ich mega ich habe noch ein bisschen lust dinge zu tun unter anderem den unterbrochenen kaiju schlummer zu spielen der ist ja eine fläche und sich rumschlummert wird das lamborgs lamberei aber die schlafen lassen eine schlamperei ist das den weg mit dem bildschiff recht 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 kann man mich denn jetzt töten der guter mädchen snecker und dd schneckers da magos und djinschuriki djinschuriken ok djinschuriken kann so beschwören ist in ordnung der wird ja leider nicht als crusadia behandelt leider nicht nun werde ich eine heroische sendung aktivieren wo sendest du denn hin alle ich kann mir jetzt ein heroisch monster auf die hand aha aha warum 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 sind hier nur so zaubernde karten aktiviert wirklich wirken und djinschuriken und djinschuriken und djinschuriken und djinschuriken und djinschuriken hier sind ja auf einmal kekse nachgefüllt worden lecker schmeckern lassen es kommen die tausend klingens habe ich noch nie bespielt aber bringt wild normal oder so mono tausend klingen wo kann ja effekt also ich würde jetzt eine hier ruhig karte abwerfen und darf mir ruhig monster spezial beschwöre des um deck meine mama deine kosten ja es kostet und nun möchte ich das nicht aha die alte wählerei ok ja das war's dann jetzt auch mit der emotive werden dinge tun die sich heroisches anrufen telefonjoker und speziale die simon bei euch ich werde ich schildo ich sie steviro so leute jetzt erklär ich es mal für die fans ja und zwar der effekt von clive soleich so nenne ich ihn clive soleich erst mal kannst du nur ihn als ziel für angriff wählen das lohnt sich jetzt komme ich da überhaupt zu ich glaube nicht des weiteren kann ich lebenspunkte zahlen dass ich nur noch 500 habe ja und dann werden am beginn der battle face die atk eines monsters verdoppelt welches ich kontrolliere ich mache das ja meine light points unter pushen auf 500 und jetzt aktiviere ich okazaki und du bist tot das ist okazaki denn der haus aber es macht nur dreimal ich werde den heroischen rufen aktivieren ich kann nie probieren wenn ich 500 light points habe so was geht ja und dann erhält ein beruf monster was ich kontrollieren oder generell ein monster für jede heroisch karte die ich derzeit kontrolliere 500 artikel dazu los exis material erzählt einzeln also 5 15 15 dazu genau wenn ich rechnen kann wie ein rechner ja aber wir sind nicht am ende des lebens sind wir noch nicht nein aber es reicht doch schon ganz einfach angreifen und mich töten das ist aber keiner hat mich auf das spiegel gut ich gehe in die bette fels und doppel seine artikel auf 8000 auf dicke 8000 ja so viel lebenspunkt habe ich ja gerade das ist ja fies dann gehe ich mache ich einen angriff auf ihn wir sind noch nicht am ende und zwar hänge ich ein material aber auch doof so ein bisschen für der aber was noch aktivieren ich hätte nur auf der hand zurückgehen können den katschen pikai ju ja ist egal ja stimmt ja stimmt bei deiner ist ja noch gar nicht offen ja ja ich habe ja erst den kaltchen und dann den schlummer stimmt stimmt genau ich kann jetzt ein offenes monster wählen und eine karte von mir erhält die artikel des monsters nämlich doch mal dick da ist ja in krass dann habe ich auf koks 10.200 würdest du ihn nicht einfach angreifen? ich greife ihn dann an ja boah da kriege ich 8000 schaden was für ein zufall ok leute hey ruhig das war ein einsatz OTK gegen OTK machen wir ein schnelles duell heute dann bin ich mal gespannt was du mir für ein anfangsbrot legst dann werde ich lieber zu gehen musst wird einer zeitung stattfinden sehr wohl komplett logisch klarigkeit logisch ist es so jetzt geht die logisch also hätte ich theoretisch warten müssen und deinen hässlichen exis menschen annullieren müssen mit meiner verpfeilerin das wäre eine maschige variante aber ich dachte eigentlich du kommst dich schon gar nicht mehr dahin wie eine passiv freche freche dass das sich immer bewusst sein ja so aber die frage ist gehe ich jetzt nur wirklich für uns oder gehe ich trotzdem second wie ein mann das tun sollte ein mann musst tun was ein mann eine falle und ein schwert stich ins herr hat eine dirty muschi ja dreckig im spiel gesand ja 6 klug leute entfallen er rechnet schon damit gespielt wird in den kaffee direkt rein ich entscheide welchen kommt siehst ich gehe second segundu ja ich glaube jetzt hast du genau ein ftk weg draußen macht und machst mich gleich platt das ist tatsächlich möglich sogar über die phoenix drescher kombu aber das habe ich dir ja gegeben dass viel der drescher kannst du einfach damit drin geht glaube ich sowieso nicht mehr weil christian weg ist ja chris chrissy ok das ist tatsächlich eine hand die sich ungewaschen hat eine büschung ist natürlich dann schon ein bisschen doofe eine büschung eine spiegelkraft wissen muss ich dies und so dann mache ich einen zug scheiße könnte es gewesen sein dank dir dann würde ich gern dein verdecktes monster kaiju an diese stelle das land formen wollen wir das land und deinem willen mag meinen willen und mir einen strand von kohoto das fühlt sich handgeformt an weil ich lecker mecker da passiert eh nix dann aktiviere ich den strand der kio toten die zeit als jugo spieler lernen zu trinken nein dann mache ich eine normale beschwörung und anschließend eine link von der eins schwingen dann kommt ein counter auf das da nun werden wir den markus beschworen auch die beschwörung des maguses aktiviere ich den effekt von paralleles und dann würde ich paralleles effekt aktivieren fühlt sich magi deutsch an und eine parallele erschaffen nun haben wir eine parallele geschaffen anschließend werden wir eine das überlagerungsnetzwerk eröffnen und nun einen wiederholenden dieb der die zeit stiehlt neue dünge beschwören lange liebe leute möchte ich einen draco beschwören draco sagen die kette mit der 1 beginnen und dann mit der 2 enden lassen wenn du nichts dagegen darf nun werde ich nur so auf die hand holen und mir einen maxus holen maximilian krusadians bluteos das dann kommt gleich magischer zylinder sehr stark nun werde ich einen zweiten link erschaffen in unseren feuerlöwen wenn wir ausgeliehen haben nun werde ich abo russ beschwören wieso haben wir uns den ausgeliehen davon salamangreth ach so die großen salamander na perfekt rego lego holen wir uns einen zauber der falle her ja ach so machen wir mal ein wanderer und das nun werde ich die stärkende kursadia stärke und in der tat den effekt des strandes von kioto aktivieren und mal eines kaischen auf den hand holen da wollen wir uns den allerdicksten dicken jitsuko kiko der mechanische sternen zerstörende angehüllte straight out der pacific der eingehörte gerade aus der spalte gerade aus dem meeres spalte aus netz nur eine koral auf die schuld auf der hand so nun werden wir den maximus beschwören in die zone des equimaxes dann kriegt er 300 spezial nun werde ich den effekt aktivieren des maximus und das kursadia equimaxe den doppelten kampfschaden verpassen doppel nun werde ich die zu ricky koko da ich du einen caillou beschwörst ja wie wir alle ja wissen und wissen hat der equimaxes den effekt dass er die adk auf alle monster die er zeigt druck bekommt und nun werde ich in die kämpfende phase eintreten ja ja dann werde ich einen angriff von equimaxes und darfst du jetzt nur mit dem immer angreifen ja oder war da irgendwie was nicht nee das nur wenn ich der andere kursadia fällt in der spell und dann würde ich mit 3.000 3 5.300 6.300 6.900 ja ich mache jetzt erstmal rechnung jetzt sage ich mich verrechnen erst mal 5.300 6.300 6.900 9.900 10.200 einen angriff auf deinen kaiju initiiert zu wirklich antüten möchte ich in der tat kommt da die spiegelnde kraft natürlich denn möchte ich nichts gestärken der stärke aktiver auf meinen equimaxes die wohnsinn ist das ja dann kann ich ihn gerne verdecken das war verdeckt halt dazu so nicht man direkt da andere ach so na denn dann möchte ich das auch nicht machen dann greife ich mit 10.300 adk an habe ich noch tausend aber eigentlich bist du doch denn immer gut ach ja doppelter kampfschaden ja so leute wir merken er bei einem und die kadeck secken geht gewinnt ist fakt das ist wirklich pacific rim als lumbrian dann mischt es wieder 15 raus das ist die ertrinken die mischt alle ins deck hätten mir die luft gefehlt was kostet die welt leute was kostet die matte leute was machte die kost doch das heißt ich darf an der 20 23 teilen gucken wir mal teuer die ojaman clement leches ach die wird bestellt ja für 20 weihnachtsgeld muss man eh ja das stimmt aber das ist keine oder plane achst du kurz so ich bin 1 2 3 4 5 ich hoffe ich habe richtig gezählt wie machen wir das jetzt hier am besten bei wusch schnecke und aber max verschmucken machen wir mal den verstandeten strand der kiotos dann werde ich eine normale beschwörung durchführen anschließend in eine link der 1 gehen den wollen wir nicht magus maximus vermutlich mal eine weile gar nicht unbedingt nein sondern daher war für noch dieser eine kommt ein konto drauf jetzt wenn du die nun werden wir den gebrauch sammlige das waren die kette des eins und das zweies machen wir mal erst mal auf das handgelenk zurück ja was auch das nicht bricht ganz schön schwer manchmal und wurde die ops welchen so teuer und war ja auch nur ist schon durch hätte ich nicht gedacht und ein alter du hast so ein pushbild kriegt für die mutter makrokosmos und dimension riss marcus kosmos ist krank hier einsteck jetzt ich bin jetzt online teilen der mit dir zu ende spielt wie kann ich das verhindern dass du den weg nur wenn ich den effekt nach dieser kind effekt ein unberührter torter ne geht ja auch nicht ein bisschen an meine hand rum rips ist eine frech frechheit ja dann müssen wir erst mal auch mal den link jetzt machen den link zum alten tiger lex die golly viele kräfte nicht nur die vom spiegel oder mehr monzollin lassen als nur zwei so gerade ja aber egal perfekt oder rego nutzen alles immer die stärkende stärken guter spieler übrigens drei richtig richtig die warum die jungs nahe ich habe ja normal weg auf magus 1 special 2 2 ja zwei ich hatte schon noch zwei drehte gut danke gut danke special mit special um ja einer speziellen karte wie er sich nannte equus maximus ecolos exos skelettos keine bergutschnecker geht nicht immer aber immer eine parallele xin ja ja ich möchte ich mal nicht jetzt sehen seht effekte machen wir nicht machen wir nicht zwinker zwinker twinkle 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 little stern nun werde ich ich habe den gern spezial beschweren nun werde ich in die beendende phase gehen okay das ende der phase waren ja wir haben also ein gluteus dem arzine gatos und ein effektos link lang wir werden alles komplett vernichten mit einem kai jos die stelle des lebens und türken heroische sendung was macht dieses jetzt kommt ein lieber aus meinem deck geflogen ein heldenhafter äh das möchte ich nicht indem ich zwei kaiju 10 marken auf dem spielfeld verwende solche spielchen werden ja also gespielt nun wird das nämlich annulliert niemand weiß dass kaijus effekte haben und verbannt oh sind die wands per turn tatsächlich ja ja und der ist nicht wands per turn was der ist nicht wands per turn hol mal ab ist keine wanze wenn der gegner aktiviert wenn der gegner wenn der gegner wenn der gegner die wetten kaiju hingegeben warum ist der auch nur so schwach von irgendwo auf dem spielfeld gegen samurai wäre auch witzig könnt ihr den ganzen c marken immer raus nein es muss ein kaiju c marken sein und dafür sind es ein kaiju c marken stimmt stimmt siehst du dich auf den hard counter an meinem deck ich bin einfach vor jedem wollte er auch gegen mich auch und ich hab mich auch gefreut weil ich meine kaiju benutzen wollte das ist ein kaiju c marken nun da welche zusammen helle barde weil du mehr monster kontrolle ja hmmm was tut diese borde achso übrigens kriegt er wieder ein counter durch das dann ne das nicht auf auf pito gehören geht nur auf pito weiß nicht achso ja stimmt nervlich ich mag es nervig nommens haben schwer du die schildo des jesse welches sammeln spionling des boah der schmetter der schmetter josh josh ich so hier da bin ich ja hmmm hmmm morgen sternling des ne doch specials haben morgen sternling des weil ich zwei oder mehr krieger kontrolliere ja dann effekte des was zu tun ich darf mir eine heroischkarte auf die hand nehmen zauber oder falle tun sie dies fahren sie fort ja 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 hat er gesagt danke für die übersetzung ich werde hier nie wenn wir die wochen und rein machen wir untertitel machen wir untertitel ich werde einfach nur die grenze spielen und unsere titel wenn ich mir gedacht habe nur mondperfekte annullieren oder alle hallo des ich nehme die heroische chance weil wir haben eine chance verdient was macht die verdoppelt hatte chaos von allen ne von allen ok hm das war übrigens nicht so schlimm ist weil da wird es einen effekt nicht machen sondern wo lebst du oder weil ich ein champion bin danach ziehe ich eine zauberkarte und dann auch spezial so mönchen in deinem champion ist das eine eine 1 per zug aktivierung des effektes ok ja möchtest du dessen effekt dann aktivieren das machen wir noch nicht ach so du kannst dir aussuchen weil du es ja ja ich sieh's dies ist eine ich so ich so in excaliburo was macht palikur excaliburo kann zwei material abhängen und die artikel verdoppeln das ist eigentlich so stark weil das ist recht ich so grüß dieser karte ihrer grundartiger grundodell es gibt eigentlich keinen grund das zu annullieren in der tat verband ja es trägt mehrere probleme auf wenn du materialen abhängst geht nicht vom spielfeld auf dem konto glaub ich zumindest was nochmal materialen geht also wenn du das material abhängst kommt keine counter drauf weil das geht ja nicht vom spielfeld auf dem konto sondern man ist ein monster das ist ganz komisch glaub ich ich kann gerne googeln das wäre könnte meinen win entscheiden eine keitsche 150 euro kostet die battle city ojama playmate eine freche kleine keitsche yugioh material xis spielfeld fragezeichen spielfeld verlassen fragezeichen effekte die was soll das ey dass der so ein effekt hat zählt nicht zählt im leben nicht gesagt wenn die angehangen sind wenn die anhängsel sind nun musst du rebarlich rechnen aha habe ich wieder gewonnen ein duel weil ich nicht gewonnen hätte ja effekt excalibur machst ihn auf 4000 ja expalikur genau das in der tat dann heroische das da heroisches das da auf ihn ja ein counter ja das ist frech ja battle phase ich greife mit excalibur kaijin halt ja mit 8000 dann kriege ich 5800 schaden machst du ja weg mit der sünde tot sind tot ist nervig ich kill dein maximus dann möchte ich den arborius verbannung behalten weil weil ich möchte na dann entscheidungsspiel oder ein 10 effekt aktivieren können durch negate und 500 live prints eine schöne schönheit wäre gewesen main phase 2 oh der alles der man alles verstört er nur die monsters alles erlegt alles und dann bis wenn da noch ein kaijin schlummert schlummert der kaiju weniger lieben blöck der blie effekt susu ja an ketto der stärkung auf das maximus das maximus von nun an fortan liebe er bis zum ende des phasen und den effekt ich weiß dass es kann dies kann ich nicht mehr annullieren in der tat eine freche frechheit noch dort ist hier und dort heute hier morgen dort nun ziehe er eine karte und natürlich werden wir den mimamagus beschwören und weil jesus christus es gewollt er wurde geboren oder ein dracho in die zone beschworen vor 2022 jahren nun machen die einser kette und die kette der zweiten und werden uns einen bösen tiger auf opel tigra ein rauf rötter ein kurs an kreuzzüge in der anschließung schließen das solle der maximus gluteus auf das handlos gehen fahre er fort wednesday kommt schon ist geil netflix ich hoffe ich hoffe das hat die kliniken urheber richtigen schnipsen und sich holzbom schnips ja wohl noch ich spiele jetzt auf der konzentration kursadius aufschwung oh mensch oh me oh me oh oh me bedrill ich habe nur einmal nun an habe er pech eine specialung muss der man tun ja ist wichtig vertraue er mir nun dann kann ich diese auch nur von dem deck hinzufügen diese ist eine freche frechheit also holen wir uns equus du maximus equus dos maximus von nun an werden wir eine speziale beschwörung machen des leones und seinen effekt aktiviten nun machte der equimax einen durchschlagenden kampf schaden oh my goodness and a goat in the battle phase ich schaffe es noch nicht i hope that he not kaiju slumbers so ich greife attack with 5000 6200 6700 öh ja die 3000 an dieser abgift so ist ja ok der verliert auf 6 7 anscheinend ist es wirklich passiert leute weg liebe warum hast du jetzt doppelten kampfstang gemacht also hat er 6 7 hat er er hat 6 7 ja aber hast du dem dann mit die zu zählen schon die abgift ja der hat er bis 2000 5000 6200 6700 aha wer hat er hier gemobbt bin doch hart ja nun dann ja unterlasse er diese subnasiale oligosynapsie wenn man schlummer kannst du doch verschlummern weiß ich nicht sicher bin ich mir bei dieser sache nicht aber nun dann was soll ich nur tun mit dieser kleine monster hand so solle der man fortführen ja nun werde ich es tun oho oho diese karte könnte alles bedeuten für mein leben wenn man wenn man ihn nur gewähren lässt aha man beschwört ihn ganz normal und man möchte etwas sündiges dabei machen und du sagtest ich solle es nicht tun darf ich etwas sündiges soll ich nur sündig sein oder nicht ich hätte auch noch nie gesagt ja ich hätte noch weiter gelingt linke dinge getan ich rufe mal jemanden an ich rufe mal im friedhof an ja mache er dies aufer haulus rufe an okay rufe mal diesen telebarten boy an aber was mich mehr als wundert wie ich das hätte verhindern sollen du hast doch dein negate ja der negate doch stimmt ja ich kann ja einen crusadus benutzen ja in der tat deswegen habe ich dich gemeint an diese sache dachte ich doch nicht mehr oder ist er in der abwartenden position oh könnte er jenes warten elentuell ändert es die tatsache es werden dinge geschehen und zwar eine überlagungsnetzwerk geschichte ändert es so solle es passieren und nun des möchte er einen effekt aktivieren dann wirst du ein ganzes wesen oder nur ein effekt eine zerstörung würde er auch beurteilen glaube ich nein aber er macht es bis zum ende des lebens auweia es werden jetzt dinge geschehen warte mal ich marte mal du willst also wirklich will ich das brutal agieren machen wir das möchten wir das wirklich willst du brutal agieren das kommt auf die tatsache an ob der man nun einen effekt aktivieren möchte möchtest du eine aktion initiieren ich werde deine life points auf 500 reduzieren um den effekt zu aktivieren der lächelt so das macht mir angst kürzliche kosten weil die machen immer sehr viele machen stimmt so kann er seine haben getan machen annulation aha jetzt werden tipps getan platulenz tributierung und verringerung nun wird es wird nun ein heroischer anruf geschehen nun wird er verdoppelt in der tat 1500 dazu 1150 ist dies der anruf nun da ich ja nur noch 500 lebens papas besitze lebens daddies kann ich meinen morgensternius speziale beschwöre da ist er einfach so aus der friedhofsposition sehr gern in der tat und nun hat er aber dies ist egal wenn der push geschah natürlich so ein kleiner f ich hätte den push danach pushen sollen aber egal push to the limit und nun werden sie einen anruf initiieren werde ich in die phase des badklein 4000 so viel ein 1 5er push in der tat und der muss in angre also du kannst nicht na aber lüg ich das ist ja so hätte ich ja noch ein leben gehabt come back der schwert schwingenden schwinger champions attack mit bleib so dies tut weh 4 taus 1 5 1 5 nee nee das war mir schon es wird eine weitere attacke entstehen warum morgenstern greift an 1 5 in der tat darf er nur er darf ja dennoch mit allen an krass eine wilde partie eine tschüssung ja leute abonnieren liken kommentieren gerne kommentiert weißt du was ich für eine Idee hatte ich weiß nicht warum ich meine wo wir gesprochen haben aber ok jetzt passierte so das ist schon bei going second decks ich sehe die 9000 auch rufe vor meinem geistigen auge und abonnieren äh aktiviert das schwert aktiviert ohne 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 Das wollte ich tun.